Was bleibt mir zu tun? Und wo kann ich hingehen? Da doch alles feststeht im Buch des Dichters, das mich überliefert mit meinen Göttern, Häusern, Inseln, Frauen, Adressen. Bleibt mir zu leben nur ein Echo, wo mein Zuhause ist. Zwischen den Zeilen, stumm und prosaisch, im undeutbaren Rest, im Schweigen, wo sich Worte reißend entzieht, der Raubvogel leben, mein Name, mein Irrweg. Kann ich noch einmal anfangen? Untertauchen hinter dem Rücken des Dichters mit meinem Namen, ich, Odysseus, unauffindbar in Büchern, tatenlos, ruhmlos, schweigend, von Vergleichen nicht mehr getroffen, wirklich zuletzt und im Fleisch vorhanden. Meine Geschichte dauert nur in der Asche. Wenn vergangen sind Vers, Mars und Götter, endlich vergangen sind die Strophen des Alten, wird auch mein Name frei. Und ich mach mich auf die Socken, ich such mir eine Heimstatt, gottlos, spurlos, nicht länger Stoff für eine Ballade. Odysseus von Christoph Meckel wenn Sie soьют,